Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Gestern habe ich euch ja die ersten News aus dem Showcase von Xbox und Microsoft gegeben für Black Ops 6. Und einige Sachen, die in diesem insgesamt 30 Minuten Vorstellung von Treyarch, was bisher die beste Vorstellung ist, die ich so früh von dem COD gesehen habe, sind so ein bisschen untergegangen, weil es einfach Sachen sind, wo man in Ruhe nochmal drüber gucken muss. Die Grundinfos habe ich euch gegeben und ich habe mir heute einzelne Punkte rausgesucht, die ich euch auch in Slow-Mo unter anderem zeige, wo ich gerne mit euch drüber reden möchte, um euch die Sachen ein bisschen näher zu bringen. Und ihr habt es vielleicht gestern schon gemerkt, ich freue mich wirklich, weil Treyarch ist mein Lieblingsstudio, schon immer gewesen. Black Ops-Teile waren bisher immer für mich die besten COD-Teile. Ich nehme nur Ghost raus, was für mich ein absolutes Liebling war, ein absolutes Lieblings-COD. Keine Ahnung, warum es mir damals so gefallen hat. Ich war 13, 14, 15, Gaming war für mich so gerade am Anfang. Ich habe Ghost gespielt, ich war so unfassbar gut darin. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich verstehe, dass es viele nicht gemocht haben, ich habe es geliebt. Ich habe diese Sachen jetzt aufgeteilt für euch in vier einzelne Kategorien. Und das Ganze ist dann Kategorie Maps und Kampagne, Movement, da gibt es zwei Teile zu, HOD und Streaks, wie wir das bisher gesehen haben. Und der allerletzte Teil ist dann nochmal so ein Overall davon. Und lasst uns mit den Sachen einfach loslegen. Teil 1 sind die Maps. Und sie haben darüber gesprochen, dass wir die Kampagne vor dem Multiplayer spielen können. Und viele Sachen, die wir in der Kampagne spielen, werden wir im Multiplayer wieder erleben und darauf aufbauen. Unter anderem haben sie darüber gesprochen, dass einige Missionen sehr, sehr komplex sein werden. In der Art, wie wir sie angehen können. Das heißt, es wird wieder variable Strategien geben. Irgendweder auf Rambo-Style oder auf Stealth-Style. Oder man kann sogar mit NPCs verhandeln, um sich eben spezielle Wege, Türen öffnen zu lassen. Oder eben Möglichkeiten zu bekommen, die Mission zu beenden, wie man sie sonst nur linear auf eine Art hätte. Töte die drei Gegner und geh in Tür 1. Das alles haben sie so ein bisschen verfeinert. Was in den letzten Jahren in den Kampagnen schon teilweise dafür gesorgt hat, dass die Kampagnen mir persönlich sehr viel Spaß gemacht haben. Was früher nicht so war. Eine Kampagnen-Mission, auf die ich mich unfassbar freue, ist dieses Casino, was sie gezeigt haben. Diese Map sieht unfassbar gut aus. Und das soll ja irgendwie ein Casino in Osteuropa irgendwo sein. Als ich die Karte gesehen habe, musste ich an die eine Casino-Karte denken, die wir damals in Cold War bekommen haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie Casino hieß. Aber die sah ähnlich krass aus. Hat sich unfassbar interessant gespielt. Und ich freue mich sehr darauf, eine Kampagne zu bekommen, wo man wieder 8, 9, 10 Stunden richtig so in diesen Black Ops-COD-Flow kommt. Wo man eben die verschiedensten Möglichkeiten hat, sich so zu bewegen und Entscheidungen zu treffen, wie man das selber möchte. Das Zweite, worauf ich mich unfassbar freue, ist das Omni-Movement. Und ihr habt es ja gehört. Matt Scroence, der ja nachdem David von der Haar bei Treyarch vor vielen Jahren aufgehört hat, so das Ganze schon wirklich hauptsächlich übernommen hatte, sprach ja gestern darüber, dass er sagte, wir haben uns eigentlich überlegt, was für Möglichkeiten wir haben, um die Bar, also um das Level nochmal höher zu setzen. Er sagt, uns ist aufgefallen, dass richtige Soldaten sich eigentlich viel mehr bewegen, als das, was wir euch erlauben. Und dann haben wir überlegt, warum ist das so? Und dann haben wir überlegt, dass wir das ändern wollen. Und dann kam eben diese Vorstellung von Omni-Movement, wo man nicht nur geradeaus sprinten kann, sondern seitwärts sprinten kann, rückwärts sprinten kann, Dolphin-Dives machen kann und während man Dolphin-Dive macht, kann man schießen, was bisher in MW2, MW3 nicht geht. Ihr könnt Backflips machen, also nicht Backflips wie beim Synchronschwimmen, sondern ihr könnt rückwärts springen und euren Charakter mit so einer 180-Grad-Drehung drehen und dabei schießen. All diese Sachen, die sie hier auch gezeigt haben, die ich euch so im Hintergrund in Slow-Mode zeige, sind für mich Indikatoren, dass man ein ganz, ganz neues Movement-Feeling bekommen kann, was Hardcore dafür sorgen wird, dass die Skill-Gap, die ja durch Skill-Based Matchmaking schon sehr klein ist, viel, viel größer wird. Das haben wir damals bei BO3 schon gesehen. Umso heftiger die Movement-Möglichkeiten sind, die man hat, umso mehr Spielspaß haben die Leute, die sich da so ein bisschen reinknien. Und wenn man keine Lust auf diese ganzen Omni-Movement-Sachen hat, läuft man einfach geradeaus wie ein Bot. Ich habe leider nicht gesehen, ob es Taktik-Sprint gibt. Ich hoffe persönlich nicht. Ich hasse Taktik-Sprint. Es nutzt die Controller ab. Es tut an den Daumen irgendwann weh, gerade wenn man so wie ich die ersten Tage und Wochen Hardcore reinsuchtet. Aber die Möglichkeiten, sich während man auf dem Boden liegt, 180 Grad in so einer Schraube zu drehen und mit der Waffe nach vorne zu gucken, sind sehr coole Möglichkeiten, auf die ich mich persönlich unfassbar freue. Zu dem Omni-Movement, was eigentlich dazu gehört, ist die neue Art und Weise, wie wir an Türen, Kanten und Sonstiges gehen. Ich habe gesehen, es gibt wieder Türen, die man aufmachen kann. Das finde ich immer noch eine dumme Entscheidung. Türen in Call of Duty sorgen für keinen Vorteil im Gameplay, sondern sind einfach nur ermüdend, nüchtern und nervig. Aber die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr in eine Ecke rangeht, die Waffe automatisch, es ist nicht mal wie ein Ghost oder so, wo ihr so richtig so stumpf an die Ecke musstet, dann L1 drücken, dann hat er sich rangelehnt und dann konntet ihr schießen. Hier ist es so, wenn ihr nah an eine Ecke rangeht, und das habe ich damals sogar in meinem Grundtraining für den ersten Afghanistan-Einsatz auch so geübt teilweise, dass ihr die Waffe so ein bisschen vorgehen lasst und mit dem Körper euch so an den Rand von so einem Türrahmen schmiedet und dann so rumguckt. Für normale Modi wie TDM und Herrschaft wird das höchstwahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Aber in Modi wie Warzone zum Beispiel, wo ihr teilweise Türen und Ecken abfarben müsst oder für Suchen und Zerstören, kann ich mir vorstellen, dass dieses ultra fluide System, was sich abhängig davon, wie schnell ihr euren Charakter bewegt im Sprint oder langsam, eben schnell rangeht oder langsam, durchaus einen Unterschied machen kann. Etwas ist, worauf ich mich persönlich sehr freue, weil es sind neue Sachen und Call of Duty muss sich in gewissen Arten und Weisen neu erfinden, ohne dabei zu vergessen, was dieses Gameplay eigentlich immer schon ausgemacht hat. Eine Sache, die Call of Duty Spieler schon seit unfassbar vielen Jahren mehr oder weniger eingefordert und gehofft haben, ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, unsere Minimap, unser Hood, also Heads-Up-Display, so zu ändern, wie wir das wollen. Ihr könnt die Minimap größer machen, ihr könnt sie kleiner machen, ihr könnt sie von links oben nach rechts oben verschieben, von rechts oben in die Mitte nach unten, ihr könnt sie ganz verschwinden lassen, ihr könnt eure Anzeigen für Munition und Granaten in die Mitte eures Displays tun, wenn ihr Bock darauf habt, wenn ihr glaubt, dass euch das hilft. Ihr könnt es komplett entfernen, ihr könnt im Prinzip Core-Modus spielen, aber mit Hardcore-Regeln, also ohne Minimap, ohne alles. All diese Optionen bieten uns Spielern viel mehr Möglichkeiten, das Game so aussehen zu lassen, wie wir das für uns wollen. Denn ich persönlich werde höchstwahrscheinlich mit der Minimap an der gleichen Pose bleiben, wie ich sonst bin, mit einer Einschränkung, und das mache ich schon über die Randeinstellungen, die ihr am Anfang von dem COD machen könnt. Ich setze den Sicherheitsbereich immer möglichst klein, so dass ich die Minimap von links oben ein bisschen zentraler rechts unten habe. Es sind nur ein paar Zentimeter, und genau das werde ich mit der Minimap in diesem Jahr auch wieder machen. Es sorgt einfach dafür, dass ich mich auf die Map vor mir konzentrieren kann und meine Augen tatsächlich einen viel kürzeren Weg habe, um zur Minimap links oben zu gucken. Manche sagen, das ist übertrieben, manche sagen, das ist der Gamechanger, manche Pros machen es auch, manche nicht. Ich persönlich habe das Gefühl, es hilft mir, und deswegen mache ich es. Und diese Option habe ich jetzt noch viel freier, als ich es bisher jemals hatte. Und dann das Letzte, da haben wir kurz gestern drüber gesprochen, Prestige, Perks und Streak-System. Anders als in Cold War, wo wir ja kein klassisches Score-Streak-System hatten, sondern eine Ausgeburt des Teufels, was Streaks angeht. Jeder hat seine Streaks gehabt, sie sind nicht resettet nach einem Tod, es gab nur einen Multiplier für seine Punkte, wenn man drei, vier, fünf Kills ohne zu sterben gemacht hat. Gibt es nicht. Es gibt normale, traditionelle Score-Streaks. Und davon seht ihr hier im Hintergrund auch die Einblendung, wie es in dem Fall aussieht. So wie es aussah, werden wir wieder eine ganz normale Drohne haben, eine Konterdrohne. Wird es keine Überraschung geben, es gibt wieder Minigunner, Helikopterschützen. Aber so wie es aussieht, gibt es die Möglichkeit auch, dass wir uns nicht nur den Score anzeigen, sondern als Diagramm oder Balken raufrufen. Kann natürlich auch sein, dass wir wieder die Möglichkeit bekommen, zwischen Score-Streaks und Kill-Streaks zu unterscheiden. Dazu sind die Infos, die Charlie Intel uns gegeben hat, gibt es verschiedene Perk-Kategorien. Und wenn wir aus einer Perk-Kategorie drei Perks auswählen, erhalten wir einen Bonus. Und das beste Beispiel, was er genannt hat, was wohl so umgesetzt wird, ist, wenn wir aus der Kategorie 1, was Assault ist, die erste Kategorie, drei Perks daraus auswählen, bekommen wir einen Wildcard-Perk, was in dem Fall ist, schnellere Health-Region nach Kills. Was bedeutet, so was wie die Weste jetzt, die es in MW3 macht, oder Quick-Fix, wie wir es damals in MW2 hatten. Perk für aggressive Spieler, perfekt geeignet. Und dafür müsst ihr dann eben die Perks aus der Kategorie auswählen. Das alleine wird dafür sorgen, dass die Perk-Kategorien sehr unterschiedlich sind, weil jeder für seinen Spielstil eine eigene Perk-Kategorie auswählen wird, wo er sein... Und dann für mich ein ganz wichtiger Punkt, es gibt wieder Medaillen. Es gibt Bloodthirsty-Medaillen, Revenge-Medaillen, es gibt Merciless-Medaillen. Das heißt, all diese Medaillen, die wir als Dopamin-empfindendes Wesen gerne aufnehmen, weil sie aufploppen, euch zeigen, dass ihr was Cooles gemacht habt, die wir aus den Black Ops-Teilen einfach kennen, die wir alle gelernt haben zu lieben, sind alle wieder da. Und es macht für mich einen Riesenunterschied, ob wir Medaillen in der Runde aufploppen haben oder nicht. Und Treyarch macht es einfach immer wieder. Und ich habe das Gefühl, dass Treyarch dieses Studio ist, was am nächsten dran ist an dem, was wir als Call-of-Duty-Spieler eigentlich wollen. Und zum Schluss, weil die Frage kommen wird, sie haben gestern nicht über Skill-Based Matchmaking gesprochen, sie werden nicht über Skill-Based Matchmaking sprechen jetzt aktuell, wenn überhaupt erst später, so wie den Blogpost vor ein paar Wochen. Das kann man nicht erwarten, das ist einfach, das wissen wir alle. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir große Veränderungen dabei sehen. Ich wäre sehr positiv überrascht, wenn es so ist, aber ich betrachte all diese Sachen, die ich jetzt habe, unter der Prämisse, dass Skill-Based Matchmaking dabei ist. Und wenn man dann eben sagt, dass man dann auch aufs neue COD keinen Bock hat, deswegen ist es absolut legitim. Mir persönlich wird es den Grind und den Tarnungs-Grind und den Medaillen-Grind und Prestige-Grind nicht kaputt machen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein Treyarch-Game. Ich freue mich seit vier Jahren darauf, dass wir endlich wieder eins bekommen. Ich habe MB2 überstanden. Ich habe MB3 mitgenommen. Ich habe Vanguard überstanden. Schappy ist bereit für ein Treyarch-Game. Ich sage es euch, wie es ist. Mein Schreibtisch ist bereit, meine Hände, meine Controller. Das übrigens eine gute Info für euch. Wenn ihr Black-Op-6-Controller wollt oder nagelneuen Gaming-Controller für Handmade natürlich, Black-Op-6, solltet ihr unbedingt meinen Partner OMGN unten auschecken. Der wird demnächst einen Black-Op-6-Controller anbieten. Ansonsten habt ihr jetzt schon freie Auswahl. Stellt euch was Geiles her. Mit Code Schappy kriegt ihr 10% Rabatt. Alles Handmade. Alles in Deutschland. Dicke Empfehlung von mir. Leute, auf was freut ihr euch am meisten an dem Game? Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ich bin raus. Tschüss.